ja er hat die Fresse Armbach einfach rum und kein Ding habe ich mehr Zeit wenn ich nur mehr Zeit hätte ja hey oh dieser ich meine das ist ein komplett offenes Feld ich kann ihn eigentlich nur buggen indem ich den Greif als nicht betretbares Terrain benutze oh nein das ist nicht fair oh ey wie lange schießt er so Feuer so eventuell werde ich das schneiden eventuell werde ich das schneiden mann so gesehen es hätte ja gar kein Unterschied gemacht was getan hätte Leute das ist schlimm ich will das Spiel nur durchkriegen und ich glaube das ist der schlimmste Bossgegner ganzen verdammten Spiel und ich hab das überlebt nicht 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 wie bei Team Fortress 2 der Demoman oder? ist das der Demoman der das macht? ich glaube schon ne? ja 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 lass mich hin du bist böse der sektisch Messer So, jetzt laufe ich hier schnell nochmal rum. So, das scheint, wow, irgendwie zu gehen. Das ist schlimm, das ist schlimm, das ist schlimm. Ah, seht ihr, wie lange die das machen, wie viel Feuer da ist? Gott, lass mich in Ruhe. Oh, vor allem ich muss hier immer wieder hin und her pendeln. Und das ist das Schlimmste an dem Ganzen. Oh, ich kann es sehr gut verstehen, dass der nicht nach ein paar Hits tot ist, aber ich meine, wow. Wig, hallo, hallo, hör mal auf. Oh, ich glaube, vom Härtegrad ist das Spiel bisher mein härtestes LP. Oh, Gott. Hallo, hörst du bitte auf. Das ist... Nicht nett, nicht nett. Du dummes, fettes Rindvieh. Hör auf damit, ja. Ach, ja, okay. Komm, okay, dann versuche ich jetzt... Ja, es bringt nichts zu fliehen, einfach drüber. Hm. Du dummes. Was ist das überhaupt? Der Wabajak. Jabawak. Keine Ahnung. Ich muss da immer an die amerikanische Tanzgruppe... Jabawookies denken. Das hat weder etwas mit Wookies zu tun, noch mit den Jabawak hier. Wabajak, Jabawak. Quack. Frust. Diesen Part nenne ich Frust. Und wer nicht versteht, warum... Der wird das nie verstehen. Der soll das Spiel sich selber mal holen. Der soll das Spiel selber kaufen. Oh, shit. Ja, jetzt bin ich wieder tot. Boah, meine Güte. So. Das nehme ich mit. Das gibt's doch nicht! Boah, volle Breitseite, bitte. Der geht mir so dermaßen auf den Lüssen. Ich hatte sonst nur einen anderen Bossgegner gehabt, der mir bisher ähnlich viel Probleme bereitet hat und der mich ähnlich stark genervt hat. Und das war bei Darksiders. Als ich, äh... Darksiders auf der Xbox 360 auf dem höchsten Schwierigkeitskraft gespielt habe, da gab's dann nämlich diese komische Spinnenfrau und die kann sich ja teleportieren. Und das ist alles überhaupt nicht so nett. Nein, das ist es gar nicht. Und das ist hier auch nicht so nett. Wobei, bei Darksiders hat man wirklich die Chance, ohne Schaden da durchzukommen. Aber dafür braucht man halt Skill. Und ich weiß nicht, wie man das hier mit Skill machen soll. Weil, man ist zu langsam. Man hat keine Ahnung, wie man sich hier am besten rausmanövriert. Der ist übelst agil. Jetzt hab ich die Feststell-Taste eingestellt und wieder ausgestellt. Und jetzt bin ich sowieso wieder gerostete Alice. So, und damit ist, denke ich, wohl schon der erste Part rum. Keine Ahnung. Äh, wir müssen wieder einsammeln. Ja, muss er einsammeln. Ja, muss er weggespringen. Muss er weggespringen. Kannst du auch von Feuer zu spucken. Das würde sehr helfen. Es gibt ja auch nichts, was hier den Kampf irgendwie für einen vereinfacht, oder? Nein, gibt's nicht. Nein, warum denn auch? Warum denn? Nein, 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 nein. Das Spiel muss schwer werden. Ja. Die Alice ist schwach. Dump und schwach. So, werfen wir das mal ab. Nein, das bringt natürlich nichts. Ah, wir sind natürlich nur klein Alice. Dumme kleine Alice. Alice, ihr Wunderland. Alice. Ja, die kann nix. Die kann nix. Und ja, wie Feuer hin und her fliegt, das ist wunderbar. Und wie der einfach nicht aufhören will, Feuer zu sparen, du dummes, fettes Arsch, du dummes Rentvieh. Nein, du bist kein Rentvieh, egal. Was bist du überhaupt? Ich hab nicht, ich hab keine Möglichkeit, den irgendwie auszutricksen, oder so. Wey. Hallo, ja. Ich... Ich werd gleich nochmal den Stab versuchen, gegen den Zug benutzen. Ich mein, was hab ich für Chancen? Ich würde gerne mal sehen, wie einer von... Wie einer von euch mit diesem Vieh zurechtkommt. Auf Albtraum versteht sich. Das heißt, ihr müsst auch erstmal hier durchkommen, und so weiter und so fort. Und ich will eigentlich hier nichts aus dem LP rausschneiden. Das ist Bullshit. Das ist Bullshit. Alles Fala Bullshit. Und ich sterbe viel zu oft. Und deshalb will sich keiner meine LPs anschauen. Und... Was zur Hölle ist das? Dann versuch ich das einfach nochmal mit dem Schuss. So. Vielleicht klappt das ja wirklich besser. Alles klar. Das ergibt nicht mehr Sinn. Ich könnte jetzt an dem Spiel so viel... Negatives nennen. Was war das? Okay. Alles in Ordnung. Nichts ist in Ordnung. Das war jetzt nicht das Feuer. Sonst hätte ich Damage over time bekommen. Ne? Wenn ihr euch etwas auskennt mit Spielen... Dann wisst ihr, was das bedeutet. Und... Ach Gott. Lalalala. Zielen und Feuer. Das interessiert den auch nicht. Wie kann ich den denn zum Aufhören bringen? Das ist doof. So, hier ist mal ein paar Spielkarten. Spielkarten. Ätzender Bosskampf ist ätzend. Kein Anhaltspunkt. Welche Taktik gegen den gut oder erfolgreich ist? Und jetzt... Nein. Versuchen wir es einfach nochmal mit der Mitte. Die goldene Mitte. Sie wird es für mich richten. So, jetzt kommen wir wieder auf den Boden. Oh ja. Gibt es mir. Muss nicht. Er läuft. Er läuft. Er läuft. Das ist... Er springt. Ich hab jetzt wieder eine Chance. Moment. So. Hier mach ich jetzt mal Quick Save. Ha. Dann wird die Albumid schon mal getan. Ha ha ha. Das ist gut. So, jetzt höre ich nur, dass ich den ganzen Kram jetzt noch irgendwie überlebe. Was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Aber... Okay. Ich spring einfach mal seitlich. Hat niemand was gegeben. Ach, aber... Das ist jetzt ruhiger. Wenn der unten am Boden ist, ja... Bist du ruhiger. Ne? Ja, dann springst du doof hin und her. Das ist mir dann auch scheißegal. Weil dann bist du nicht mehr so gefährlich. Na? Ja, dann speist du Feuer. Ach. Mein Gott. Das Schlimme ist echt die erste Phase. Die erste Phase zu überleben. Wow. Wow, wow, wow. Na, ob das ist eine gute Idee war, dorthin zu rennen? Der ist gesprungen. Das darf nicht wahr sein. Verdammte Hacke. Egal. Wir haben die halbe Miete schon gezahlt. Das ist schon mal super. So, und jetzt springt der Suchtik komisch wieder hier hinten, ne? Ja, und... Wow, Feuer, Feuer. Zum Glück haben wir gar keine Probleme mit Feuer oder sonst etwas in der Art. Ja. Da, dann spawnt dort wieder etwas. Dann muss ich die Nummer rumlocken. Ja, Speifeuer, ist mir egal. Zumindest solange du mich nicht triffst, ist mir das völlig egal, was du machst. Na? Für ein Schuss reicht es noch? Dort drüben ist es uns wieder, oh mein Gott. Nein, der wird mich wieder schlagen. Nein! Frauen und Kinder dürfen nicht geschlagen werden. Und Alice ist sowohl Frau als noch Kind. Obwohl, das passt nicht zusammen. Eine Frau ist erwachsen, ein Kind nicht. Egal. Man darf sie nicht schlagen. Nein. Alice ist welches Abgebrüter, das wohl auch ihre Gründe hat. Jetzt hab ich dich. Jetzt hab ich dich. Jetzt hab ich dich. Du blöde Ratte. Los, stirb einfach. Explodier. Mach, wow. Mach bumm. Ja, haha. Safe. Safe. Juhu. Nein, das war die ultimative Schlacht. Bitte. Mit Worten besteht man böse Absichten sind. Sie ist immer noch stark und hat so viel aufgewessen. Volle Waffe. Sie muss für ihre Bosheit zahlen. Führ uns in den Kampf. Tote in den Kampf führen. Ich kann nicht, ob ich das kann. Werde zu mir kommen. Nein, das ist es. Du kannst nur dein Bestes geben. Dein Bestes. Und das ist langsam herumlaufen und sich von allem möglichen treffen lassen. Und natürlich erst nach dem Bosskampf, der fünf Jahre gedauert hat, stirbt der Greif nach seinen tiefen Verletzungen und Wunden. Es ergibt so viel Sinn. Oh mein Gott. Ich werde jetzt schon sehen. Also ich sehe jetzt schon, wie mein Fazit zu dem Game sein wird. Wow. So. Egal. Hier. Hihi. Ich habe ihn besiegt. Endlich. So, aber ich werde mich jetzt erst mal voll healen, bevor ich da reingehe. Boah. Meine Güte. Wie viele Parts waren das jetzt? Drei Stück, die ich für den gebraucht habe? Oder vier Stück? Alter Falter. Alter Falter. Das dauert mehr. Ich greife die Truppenführer los. Die Schlacht hat begonnen. Wir freie uns von dem Bösen. Wieso bist du denn da? Cheshire Cat. Cheshire. Habe ich immer noch nicht gelesen. Nein, ich... Wah. Hä? Was war denn da oben? Das habe ich da nicht hingeguckt. Kacke. Okay. Es geht zum letzten ultimativen Kampf. Ich habe den letzten ultimativen Kampf zuvor bereits überstanden. Ich bleibe vor dem Event stehen. Und wir kommen zur königlichen Schlacht.